Szene ohne Namen, eine Zuschauerfrage von Centurio Falschrum. Hallo liebe Freunde des Mittelalters, hier ist Arnulf, das schaut mal auf KWOW.TV und Centurio Falschrum fragte, haben die Leute aus dieser Szene, die sich mittelalterlich kleiden und dann auf Mittelalter-Festivals fahren, eigentlich einen Namen? So wie zum Beispiel die Cosplayer oder die Metaller? Nun ja, ja, wir sagen eigentlich normalerweise Mittelalter-Szene dazu. Wie kreativ? An und für sich, so einen Eigennamen gibt es eigentlich nicht. Warum? Ja, es ist ja so, es ist keine homogene Szene. Es ist da so, es gibt da die Leute, die Reenactment oder Living History bezeichnen, da wird normalerweise Reenactor dazu gesagt. Das ist aber dann auch völlig egal, ob die Napoleonisch machen, Römisch oder eben Mittelalter. Also das sagt eben nichts dazu aus, da muss man dann schon dazu sagen, Mittelalter-Reenactor. Und dann haben wir natürlich die normalen Marktbesucher und so weiter, die jetzt keinen wissenschaftlichen, historischen Anspruch haben und deswegen mehr in Richtung Ambientik oder so gefallen. Also die Reenactor würden sagen Fantasy, was es ja definitiv nicht unbedingt ist. Es ist eher so ans Mittelalter angelehnt, aber halt nicht so ganz korrekt, was für einen Reenactor dann schon wieder Fantasy ist. Ja, wobei ich jetzt unter Fantasy ist so wieder verstehe, Zwerge, Elfen und so weiter, weil das gibt es ja ebenso noch. Aber die Frage ist eben ganz einfach, Überbegriff Mittelalter-Szene, da trifft man alles, auch wenn die einen mit den anderen nicht im selben Topf landen wollen. Das ist eigentlich die schwierige Sache, ja. Also viele finden auch meine Videos kacke, weil ich nicht den hohen wissenschaftlichen Anspruch immer habe. Andere finden sie auch nicht so gut, deswegen, weil ich sie vielleicht doch zu genau mache. Also irgendwie, Mittelalter und Mittelalter ist jetzt völlig übertrieben natürlich, das sind immer bloß Einzelpersonen. Das ist ja das Problem, ja. Aber da möchte ich jetzt nicht länger drüber schwadronieren, weil das hat ja keinen Sinn. In Wirklichkeit sind die meisten total gemütlich, egal von der einen Fraktion, von der anderen Fraktion, Leben und Leben lassen. Man darf halt nicht vergessen, dass es eigentlich zwei komplett unterschiedliche Ausprägungen eines Hobbys sind. Und deswegen sagen die einen, dass sie nicht dasselbe Hobby machen wie die anderen, obwohl alles halt Mittelalter ist. Aber insgesamt, wenn man von dem Ganzen spricht, sagt man Mittelalter-Szene und dann hat man sowohl die einen als auch die anderen im selben Pott. Und ja, dann kann man sich dann aussuchen, was man eigentlich meint. Deswegen am gescheitesten immer vorher drüber mal reden, was man eigentlich sagen will. Also das Wort Mittelalter-Szene sagt halt noch nicht wirklich viel aus, außer dass es das Genre Mittelalter beschreibt und man damit allgemein die Zeit zwischen 500 und 1500 grob meint. Nach Christus natürlich. Ich hoffe, das hat ein bisschen was ausgesagt. Weil im Endeffekt, unterm Strich, sagt eben der Begriff Mittelalter-Szene nicht viel aus. Ja, hier haben wir noch zwei Links und wenn ihr darüber diskutieren wollt, wie ihr Mittelalter-Szene seht, bitte unten in den Kommentaren. Aber denkt dran, hier auf diesem Kanal sind wir sehr kontrovers manchmal, aber auf jeden Fall haben wir immer eine unheimlich gesittete Diskussionskultur. Also bleibt dran.